Wie ist die Zukunft in der Tschechischen und Slowakischen Republik? Im Augenblick konzentrieren wir uns natürlich darauf, weiterhin die Gesundheit unserer Mitarbeiter sicherzustellen und die Liquidität unserer Unternehmung, was besonders wichtig ist, um unseren Kunden auch weiterhin gute Leistungen abliefern zu können. Wir würden uns freuen, wenn die Grenzen demnächst wieder geöffnet werden und wir den Austausch unserer Spezialisten sicherstellen können, sowie die Zuführung von Materialien aus dem Ausland. Allen von uns wünsche ich, dass wir diese Krise gut überstehen und demnächst wieder unter normalen Bedingungen weitermachen können.